Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag von diesem Nachmittagsblog. Der Falk wird uns jetzt einen Vortrag halten in der Kategorie Probleme, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie gibt und wie man sie lösen kann. Es geht mal wieder um Lizenzen und diesmal insbesondere darum, dass man bei einer WebGIS-Karte, dass da mehrere Lizenzen zusammenkommen könnten. Einmal können die Daten eine Lizenz haben, wenn eine Geodatenbank darunter liegt, kann da eine Lizenz sein und natürlich kann auch das Rendering mit einer Lizenz behaftet sein. Und letztendlich kommt alles zusammen und was dann gilt, das erklärt uns jetzt Falk. Ja, danke schön. Dann auch von mir herzliches Willkommen und wie Volker schon gesagt hat, versuchen wir jetzt also so ein bisschen zu entknoten, wie das alles zusammenhängt, wenn am Ende ein Bild steht, aber ich vorn irgendwie Daten reinpacke, das Ganze von der Software berechnen lasse und der Software dann noch erkläre oder sage, wie sie das darstellen soll, die Daten, die ich ihr da auch reinfüttere. Wie man sieht, das Wichtigste zuerst Lizenzen und dann kommt Daten, Programm, Code und Darstellung. Man merkt, ich bin Jurist, Lizenzen sind das Wichtigste, was es gibt. Das andere ist nur Beiwerk. Okay, wir schauen uns zunächst erstmal an, wieso müssen wir uns über Lizenzen Gedanken machen. Machen wir ganz schnell, dann gucken wir, wie funktioniert das Urheberrecht nochmal. Viele kennen das bestimmt schon, ist ja nicht mein erster Vortrag, den ich dazu halte, auch wenn wir jetzt zwei Jahre Pause hatten. Und dann fusseln wir das, was wir gelernt haben, auseinander und schauen uns eben an, wie das alles dann zusammenwirkt. Okay, Daten und Informationen als Wirtschaftsgut, Informationsgesellschaft etc. Daten sind wichtig, Informationen sind wichtig, stehen aber nicht, anders als das dingliche Eigentum, also wie dieser Stift oder so, generell unter Schutz, sondern immer nur dann, wenn der Gesetzgeber sagt, diese Information ist schützenswert. Also bloß, dass jemand sagt, eine Information, der messe ich einen wirtschaftlichen Wert zu, heißt das noch lange nicht, dass das Recht das auch schützt. Aber es ist ein starkes Indiz, weil die gesellschaftlichen Interessengruppen natürlich dann schon dafür sorgen werden, dass entsprechende rechtliche Regelungen getroffen werden, die diese wertvolle Information unter Schutz stellt. Und so haben wir dann, oh Überraschung, das Urheberrecht mit dem Datenbankherstellerecht drin, die also in der Regel schon mal alles unter Schutz stellt, mit dem wir hier bei der Kartenerstellung zu tun haben. Aber dazu später noch mehr. Das Ding, wenn der Gesetzgeber sagt, etwas ist geschützt, heißt Ausschließlichkeitsrecht. Geschützlichkeitsrecht oder englisch Property Rights. Und wenn dann jemand der Eigentümer, in Anführungszeichen, dieses Schutzes ist, jemanden anderen gestattet, diese Information zu nutzen, dann nennen wir das Lizenz. Die Lizenz ist nichts anderes, als dass derjenige, der den gesetzlichen Schutz genießt, jemanden anders erlaubt, die Information zu nutzen. Und in der Regel muss der Nutzer dann dafür zahlen. Anders bei Open Source. Wenn wir jetzt dieses Lizenzbündel, ich mache das hier ganz schnell, aufschrauben, dann ploppt das auf in verschiedene Teile. Das gibt nicht bloß ein Lizenzrecht, sondern weil wir es mit Informationen zu tun haben, können wir das in ganz viele kleine einzelne Rechte, die man auch einzeln verkaufen kann, zerteilen. Wenn es um Urheberrecht geht, komme ich gleich noch drauf, haben wir das Urheberpersönlichkeitsrecht. Das ist nicht übertragbar, das kommt, das ist was ganz Spezielles, deswegen ist das hier ein bisschen abgesetzt. Aber das Vervielfältigungsrecht ist ein eigenes Recht, das Verbreitungsrecht von Informationen ist ein eigenes Recht. Die öffentliche Zugänglichmachung, Stichwort Internet, ist ein eigenes Recht. Und so weiter und so fort. Die Liste ist nicht abschließend, die ich hier habe. Ganz unten, was für uns insbesondere dann wichtig ist, ist auch das Bearbeitungsrecht, Informationen, Daten ändern zu können. Das ist ein eigenes Recht, auch wieder abgesetzt, weil folgt widerrechtlich ein bisschen den anderen Regeln als die übrigen Verwertungsrechte. Okay, soweit zu Lizenzen. Jetzt seid ihr also schon mal alle Experten im Lizenzrecht. Jetzt noch so ein bisschen Grundunterscheidung im Urheberrechtsgesetz. Es gibt da zwei wichtige Sachen oder eine Grundunterscheidung. Zum einen geht es um das eigentliche Urheberrecht. Da geht es um irgendwie im weitesten Sinne kreative Leistung, persönlich geistliche Schöpfung. Und dann gibt es einen weiteren Bereich, wo die ganzen wirtschaftlich wertvollen Sachen unter Schutz gestellt sind, wo aber keine Kreativität drin steckt. Stichwort Datenbankherstellerrecht. Normale Bilder, wo man nicht kreativ bei war und so weiter und so fort. Das Ding heißt dann Leistungsschutzrechte. Also wir haben zwei wichtige Sachen im Urheberrechtsgesetz geregelt. Einmal das eigentliche Urheberrecht, persönlich geistlich schöpferische Leistung. Und die Verwandten-Schutzrechte, die sind eben so ähnlich, aber ohne Kreativität. Also unsere Leistungsschutzrechte. Das Verhältnis ist schon mal ein bisschen schwierig festhalten. An dieser Stelle können wir schon mal, Sprachwerke sind in der Regel immer persönlich geistige Leistung, Kreativleistung. Also wenn man einen Roman schreibt, hat man Urheberrechtsschutz drauf. Aber was ihr vielleicht nicht wisst, Software, wird ja auch Programmcode geschrieben, ist ein Sonderfall von Textwerken. Also der Programmierer macht in der Regel ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Gibt es dann noch ein paar Sonderregelungen im Gesetz? Also Urheber schafft ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Halten wir schon mal fest. Hier nochmal die Grundüberunterscheidung. Und dann sehen wir auch, nee, sehen wir hier nicht. Sehen wir vielleicht auf der nächsten Seite. Ja, genau. Also hier haben wir nochmal die Grundunterscheidung zwischen den kreativen Werken und den Verwandtenschutzrechten. Und wenn wir genau reingucken wollen, können wir nochmal in § 2 Urheberrechtsgesetz gucken. Und da ist so eine Aufzählung, was sich damals der Gesetzgeber in den 60er Jahren vorgestellt hat, was so aus seiner Sicht eine persönlich geistige Schöpfung, also eine kreative Leistung ist. Und da können wir dann sagen, persönlich geistige Schöpfung, wie der Name schon sagt, setzt immer einen menschlichen Schöpfungsakt voraus. Es muss ein Mensch, eine natürliche Person an der Werkschöpfung, an der Erschaffung beteiligt sein. Und es muss ein bisschen kreativ sein, also es darf nicht völlig stumpfsinnig sein. Da haben wir schon einen wichtigen Hinweis, nämlich damit alles, was wir als schön empfinden, aber einfach die Natur aus sich heraus geschaffen hat, kann niemals Urheberrechtsschutz genießen. Was ein Tier macht, kann auch niemals Urheberrechtsschutz genießen, weil es ist keine natürliche Person. Ah, es fliegen keine Farbbeutel von Peter, das ist schön. Und Maschinen sind auch raus. Weil Maschinen denken eben nicht nach, die machen nur das, was ihnen die Menschen sagen. Tja, und damit können wir also sagen, jeder kennt wahrscheinlich Naruto, der Affe, der ein Selfie gemacht hat und wo Peter dann den Fotografen verklagt hat und hat gesagt, na, der Affe ist der Urheber, zahl mal Lizenzgebühren, du lieber Fotograf, an den Affen. Geht natürlich nicht nach dem, was wir jetzt gelernt haben. Wir können entweder sagen, dass das der Selfie von dem Affen überhaupt keinen urheberrechtlichen Schutz genießt, oder höchstens als verwandtes Schutzrecht gehen wir aber jetzt nicht drauf ein. Und dann, der andere Fall, dieser tolle Logarithmus, bei dem eine Künstlergruppe erst einen Logarithmus angelernt hat, oder einen Algorithmus angelernt hat, hat gesagt, erkenne mal alle menschgemachten Gemälde. Haben sie ihn angelernt, hat er gut gemacht. Haben sie einen zweiten Algorithmus genommen und haben gesagt, du lerne mal, menschgemachte Gemälde zu malen. Und dann haben sie also diese Algorithmen, Quatsch, die Ergebnisse, die der Algorithmus erzeugt hat, der gelernt hat, wie ein Mensch zu malen, gegen den Algorithmus gematcht, der gelernt hat, menschliche Werke zu erkennen. Und als der zweite Algorithmus, also der, der die menschlichen Werke erkennt, gesagt hat, das ist ein menschliches Werk, obwohl es auch von einem Algorithmus stammte, haben sie es versteigert und haben gesagt, der erste Algorithmus hat einen Menschen nachgehauen. Aber keine Kreativität drin. Nur Maschinen. Kein Urheberrechtsschutz, auch wenn das Gemälde sind. Tja, was ich bisher unterschlagen habe, ist, das steht in den Beispielen hier des Urheberrechtsgesetzes noch drin, dass der Kartograf auch Urheberrechtsschutz genießt. Aber nicht dafür, dass er die Daten zusammenträgt in seiner Karte, sondern dass er bestimmte Daten, also bestimmte Informationen eben in der Karte gestalterisch hervorhebt und andere zurückträgt, dass eben eine bestimmte wichtige Information über die Karte transportiert wird. Da steckt für einen Kartografen die Kreativität. Deswegen sind Karten unter Umständen urheberrechtlich geschützt. Aber nicht wegen der Daten, die darin enthalten sind, sondern wegen ihrer Gestaltung. Gut, damit können wir festhalten, also die Gestaltung in der Karte kann Urheberrechtsschutz genießen, nicht aber die Daten in der Karte. Die Software ist urheberrechtlich geschützt, aber nicht das Produkt der Software. Das gilt dann also auch für unsere Kartenkacheln, die wir aus einer Datenbank generieren. Und jetzt noch der Sonderfall. Wir sagen unserer Software mit Rendering Rules, wie sie die einzelnen Elemente aus der Datenbank darstellen soll. Auch das ist eher Software. Ist eine Arbeitsanweisung, wie der eigentliche Renderer mit den Informationen umgehen soll. Da kann man sich vielleicht noch so ein bisschen streiten, aber im Prinzip ist das so. So, jetzt die andere Seite. Jetzt verlassen wir das Urheberrecht, also die kreative Seite. Jetzt kommen wir zu diesen Verwandten-Schutzrechten, wo die Kreativität fehlt, wo also Dinge unter Schutz gestellt worden sind, weil der Gesetzgeber sagt, die sind wirtschaftlich wertvoll. Ganz vorn weg unsere geografischen Datenbanken, die einzelne Information in der Datenbank, der Verlauf einer Straße, genießt keinen Urheberrechtlichen, keinen Datenbankschutz. Aber wenn ich ganz viele Sachinformationen, nämlich den Verlauf von Straßen, Wäldern, Flüssen etc. zusammentrage, habe ich ganz viele Sachinformationen zusammengetragen, dann ist das unter Umständen eine Datenbank, nämlich eine Sammlung von unabhängigen Elementen, eben diese einzelnen Eigenschaften der Erdoberfläche, die systematisch, methodisch angeordnet und einzeln zugänglich sind. Glaubt es mir, ist so. Und deren Beschaffung, Überprüfung und Darstellung eine nach Art und Umfang wesentliche Investition erfordert. Also da muss man irgendwie sachliche und personelle Mittel reingesteckt haben in die Erstellung. So, dann haben wir eine Datenbank. Was für Datenbanken gibt es? Es gibt solche Datenbanken, die ich gerade beschrieben habe, wo wir bloß Sachinformationen reinpacken. Und es gibt solche Datenbanken, wo wir selbst Kreativwerke reinpacken und dann eine Sammlung von Kreativwerken haben. Also Wikipedia zum Beispiel, die einzelnen Wikipedia-Artikel haben urheberrechtlichen Schutz. Die gesamte Wikipedia-Datenbank mit den einzelnen Beiträgen ist dann wieder als Datenbank geschützt. Diesen Schutz der einzelnen Elemente haben wir bei unseren Sachinformationen nicht. Die haben wir nur, wenn wir die alle in die Datenbank zusammenpacken. Wie ist das nun, wenn wir aus unserer Datenbank eine Karte machen? Was passiert dann mit den Daten? Und da hat der EuGH, also der Europäische Gerichtshof und der BGH in dessen Folge dann gesagt, auch die Darstellung von Sachinformationen in einer Karte ist eine Datenbank. Also mit anderen Worten, eine Papierlandkarte kann eine Datenbank sein oder ist eine Datenbank. Kann man drüber diskutieren. Die Gerichte haben lange gebraucht, bis sie zu der Erkenntnis gelangt sind. Kann man viele lustige Geschichten erzählen, aber ist jetzt erst mal so. Also haben wir Ergebnis. Wir packen einzelne Sachinformationen in eine digitale Datenbank. Haben wir Datenbankschutz drauf. Und jetzt machen wir aus dieser digitalen Datenbank entweder Kartenkacheln oder eine Papierkarte, weil wir es ausdrucken. Das bleibt eine Datenbank. Jedenfalls für Juristen. Und damit kommen wir natürlich zu ganz interessanten Fragestellungen, die wir jetzt gleich nochmal behandeln werden. Also, wir stellen fest, Sammlungen geografischer Informationen sind als Datenbank, als Datenbankherstellerrecht geschützt. Und es bleibt im Prinzip dabei, wenn wir das Ganze visualisieren. So, jetzt versuchen wir das also alles auseinanderzunehmen. Wir haben die Datenbank, wir haben die Software, wir haben Softwarebibliotheken, was das ist, werdet ihr gleich sehen. Prozessieren das irgendwie und haben unser Ergebnis, also unsere Karte. Also, wenn wir uns das jetzt nochmal auf Kartendaten runtergebrochen angucken, haben wir unsere Renderer-Software, wir haben unsere Darstellungsregeln, wir haben unsere Datenbank. Und am Ende steht die Kartendarstellung, ich habe hier nochmal herangeschrieben, wie das Einzelne geschützt ist. Die Software als Programm, die Darstellungsregeln auch als Programm. Das ist nichts anderes als eine Programmbibliothek, die ich in der Hauptsoftware einlinke. Ich hätte jetzt gesagt, siehe meinen Vortrag am kommenden Wochenende bei den Chemnitzer Linux-Tagen, aber die fallen leider aus. Gut. Also, wir haben jetzt die unterschiedlichen Beteiligten und das müssen wir jetzt einfach so ein bisschen nochmal auseinanderklamüsern, obwohl wer jetzt aufmerksam zugehört hat, kann sich schon denken, denken, wie das zusammenspielt. Und wenn wir das hier alles unterschiedlich, wenn hier ein unterschiedlicher gesetzlicher Schutz draufliegt, heißt das natürlich auch, da sind gegebenenfalls unterschiedliche Lizenzen überall drauf. Und das macht dann die Sache sehr spannend, insbesondere wenn das Copy-Left-Lizenzen sind. Das heißt, die Lizenzen nicht verloren werden dürfen. Also wie ist das jetzt, wenn unsere Geodatenbank unter einer Creative Commons-Lizenz steht, die Software steht unter CNU-Public-License-Lizenz und unsere Darstellungsregeln stehen unter CC-BY. CC-BY hier unten bei Darstellungsregeln schon mal sehr unglücklich gewählt, weil wir gesagt haben, ist ja eigentlich Software, so eine Kreativ-Lizenz. Aber passt zu halb, weil wir auch gesagt haben, Software ist ja irgendwie kreativ. Egal. Nach dem, was wir gesagt haben, dass bei der Kartendarstelle, dass wenn wir eine Datenbank, eine geografische Daten in der Karte darstellen, dass die Datenbankeigenschaft juristisch nicht verloren geht, ist klar, wenn wir hier Daten durch den Renderer schicken, muss die Lizenz erhalten bleiben, weil es eine virale Lizenz ist. Also Geodatenbank unter Kreativ-Commons-Lizenz, Kartendaten unter Kreativ-Commons-Lizenz. Wie sich Software und Darstellungsregeln zueinander verhalten, ist ein Lizenzproblem zwischen den einzelnen Softwarebestandteilen. Diskutieren wir hier nicht weiter. Kann also durchaus auch inkompatibel sein und darf dann nicht miteinander verwendet werden. Interessiert uns aber hier nicht. Wir gucken uns das nochmal an. Also, wichtig ist, Geodatenbank schlägt auf die Darstellung durch, weil beides sind juristische Datenbanken. Warum ist das jetzt bei der ODBL anders? Weil bei OpenStreetMap, wenn wir da Kartenkacheln haben, steht ja immer irgendwie CC by Sharealike oder so bei den Kartenkacheln unten drunter, wogegen wir ja alle wissen, die eigentliche OpenStreetMap-Datenbank steht unter ODBL. Das ist ein Sonderfall der ODBL. Die lässt ausdrücklich zu, wenn man ein Produced Work herstellt, ein Kartenprodukt aus Daten, dann darf man das Produkt anders lizenzieren als die Daten in der Datenbank, die man verwendet hat. Das ist die Erklärung dafür. Also, wenn wir uns das alles angucken, wie greifen Datenlizenzen Software ineinander, die Software schlägt nicht aufs Ergebnis durch. Das ist die eine wichtige Botschaft. Die andere wichtige Botschaft ist, die Datenbank schlägt aufs Ergebnis durch. Wäre ja auch schlimm, wenn alles, was wir in LibreOffice schreiben, dann unter der LibreOffice-Lizenz stehen müsste. Das wäre ja das, wenn die Lizenz von LibreOffice auf das, mit was wir es verarbeiten, durchschlägt. Gut, in Anbetracht der Zeit gehe ich auf das Sonderproblem von Bearbeitung und freier Bearbeitung hier nicht mehr ein. Das machen wir dann einfach mal vielleicht nächstes Jahr und kommen wir zum Ergebnis. Also, mit anderen Worten, man muss sich das genau angucken. Mit was habe ich es im Ausgang zu tun? Mit Daten, also Sprechstrich Datenbank, mit einer Software. Was kommt hinten raus? Eine Darstellung. Ist diese Darstellung gegebenenfalls auch eine Datenbank? Das ist aber unter Umständen nur bei Kartendaten oder bei geografischen Informationen so. Das ist keine auf alle Daten anwendbare Regel. Und dann haben wir gelernt, dass die Rendering-Rules so eine Art Software-Bibliothek sind, sich also mit der Software-Lizenz des Renderers vertragen müssen. Und ein anderes Problem ist die eigentliche Darstellung. Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, der Kartograf kann Urheberrecht haben. Das ist aber eben, weil wir gelernt haben, solange nur eine Maschine dran beteiligt ist, gibt es kein Urheberrecht. Nur der Fall, wenn wir also eine Maschine vorrendern lassen und dann im Bild noch mal drin rummalen, dann kann wieder Urheberrecht auf der ganzen Sache sein. Also, ihr seht, es bleibt kompliziert, aber ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen transparent machen und damit bin ich am Ende und stehe für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Falk. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen verwirrt. Oha! Hat jemand, geht es jemanden genauso? Hat jemand eine Frage? Ja, kommen wir noch mal zu der Folie Karte unter OBDL, Datenbank unter OBDL wegen Ausnahme die Karte selbst unter irgendwie, ich kenne leider die OBDBL nicht auswendig, ich habe die vor vielen Jahren mal gelesen, bin bloß Mapper. Wenn das einfach so wäre, dann gäbe es ja die offensichtliche Lücke, man könnte die Datenbank in Karten rendern, aus diesen Karten dann wieder eine Datenbank rekonstruieren und hätte da die OBDL umgangen, ich gehe davon aus, dass die OBDL irgendwelche Bestimmungen enthält, um genau das zu verhindern, aber wenn diese Bestimmungen da sind, dann kann die Karte ja nicht wirklich unter einer CC BY SA 4.0 sein, sondern wäre ja quasi unter CC BY SA 4.0 mit Zusatzbedingungen, also keine echte CC BY SA 4.0 mehr. Das habe ich jetzt zum Schluss nicht verstanden, aber also der Anfangseinwand war super, also da ist ein Jurist quasi verloren gegangen, genau das Problem hat die OBDBL damals nicht gesehen, weil die Rechtsprechung kam, da gab es die OBDBL schon, dann kam erst die Rechtsprechung, die gesagt haben, auch die Darstellung ist eine Datenbank, beziehungsweise die OBDBL hat dann gesagt, ja alles, was eine Kartendarstellung ist, darf eigenlizenziert werden. Das regelt sich auf einer faktischen Ebene. Wenn man das wieder voll automatisiert, reverse, ingeniiert, würde ich glaube ich, bin ich mal so frei, mich in die Lage des Gerichtes zu versetzen und sagen, das ist ein eindeutig ein Missbrauchstatbestand. Da wird über die Ausnutzung einer vermeintlichen Lücke, das entspricht überhaupt nicht der Idee der Lizenz, eine neue Datenbank hergestellt, eine neue Datenbank hergestellt, die eigentlich eins zu eins eine Kopie der Originaldatenbank ist unter Umgehung der Lizenz. Missbrauchstatbestände mögen Gerichte nicht und würden dann uns entsprechend wahrscheinlich Recht geben. Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Wenn das jemand mit der Hand abmalt, löst sich es einfach faktisch, so viel Zeit hat, niemanden die ganzen Daten abzumalen. Und was man natürlich auch bedenken muss, so eine Karte ist ja auch, wenn sie von einer Maschine erstellt wird, immer bloß eine Auswahl der Elemente, die in der Datenbank vorhanden sind. Es ist ja nie ein eins zu eins Abzug aus der Datenbank, dann wären unsere OpenStreetMap-Karten unlesbar, deswegen haben wir ja verschiedene thematische Karten. Aber das Grundproblem ist in der Tat vorhanden, aber ich sehe damit kein praktisches Problem. Es ist eher ein theoretisches Problem, denke ich. Okay. Weitere Fragen? Ja, danke. Ich habe eine Frage zu dieser Auffassung, Kartendarstellung ist Datenbank. Gilt das auch für Karten aus einem analogen Zeitalter? Ja. Also beispielsweise jetzt eine Karte 60er Jahre, koloniales System Afrika. Also nehmen wir mal eine deutsche Karte. Sonst wird es ja noch komplizierter. Eine Datenbank ist anders als im Urheberrecht, ist kürzer geschützt. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, es sind nur 25 Jahre. Also danach dürfte man dann aus einer Karte abdigitalisieren. Aber die Karte nicht einfach kopieren und Vorsicht nur das Original verwenden, weil wenn man eine Originalkarte sich irgendwo abfotografiert, ist das ja schon ein Vervielfältigungsstück. Und wir haben ja gerade gelernt, das Kartendesign kann und bei den 60er Jahren können wir davon ausgehen, das ist noch urheberrechtlich geschützt, ist geschützt. Dann brauchen wir also eine Lizenz. Und selbst wenn die Karte älter als 60er Jahre, sagen wir mal 80er Jahre oder ein preußisches Messtischblatt liegt irgendwo in der Universitätsbibliothek, wird dort gescannt und ins Internet gestellt. Dieser Scan ist ein Vervielfältigungsstück, für die das ist auch ein verwandtes Schutzrecht gibt, nämlich den Lichtbildschutz. Also bei Lichtbildern, bei Fotografien hat sich der Gesetzgeber gesagt, also das ist uns zu schwierig immer zu unterscheiden, ob jetzt der Fotograf kreativ tätig geworden ist oder ob er bloß geknipst hat. Aber wir sind uns sicher, dass beides wirtschaftlich wertvoll ist. Also hat er beides unter Schutz gestellt und das gilt aber dann auch, wenn ich ein altes Kartenblatt abdigitalisiere, dieses digitale Vervielfältigungsstück, daran erwerbe ich als Vervielfältiger unter Umständen dieses verwandte Schutzrecht und bin damit Lizenzgeber. Also man darf das nicht einfach aus dem Internet nehmen und nutzen. Wie immer gilt auch da nach der Lizenz gucken und wenn keine Lizenz dran ist, Hände weg. Weitere Fragen? Also was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, dass das Urheberschutzrecht entfällt, wenn eine Maschine dahinter steht. Wenn eine Maschine etwas erstellt hat. Aber zu wie viel Prozent oder in welchem Umfang muss die Maschine beteiligt sein? Ich meine, dahinter steckt ja schlussendlich ja dann doch wieder der Mensch mit einem super Das schlägt nicht durch. Stopp. Das schlägt nicht durch. Das ist ein falscher Gedanke. Wo zieht der Gesetzgeber da sozusagen die Grenze? Ist das eine vollkommen autonome Maschine, die dann sozusagen dahinter arbeitet? Nein. Wie darf ich das verstehen? Stell dir doch einfach vor, du dürftest keine Software verwenden, um irgendein kreatives Werk herzustellen, weil sofort würde die Software, würde die Lizenz der Software auf das Werk durchschlagen. Das ist strikt zu trennen. Diese Software ist nur Handwerkszeug. Es macht für das Ergebnis, keinen Unterschied, ob du die Karte mit einem Buntstift malst oder mit einem Computerprogramm. Okay, Detail ist gleich noch bilateral dann vielleicht. Ja, alles klar. Gut, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020